Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Vanoki New Television und mit Daniel und wir reden heute über den 29. Februar und am 29. Februar haben wir natürlich wieder ein Geburtstagskind, das bekannt ist. Die Hupfdoodle von Sami Khedira ehemals. Weißt du nicht, wer? Germany's Next Topmodel Nummer 1. Samantha Fox? Samantha Fox, nee, Lena Gerke. Lena Gerke hat heute Geburtstag, finde ich jetzt nicht so. Finde ich auch nicht so. Hat ja Moderation gemacht von irgendwie, von Germany's, nee, Voice of Germany irgendwie und so ein Kram. Deutschland sucht den Super aus. Ja, sowas genau, ja. Also Lena Gerke war auf jeden Fall 1988 geboren. Pum, fertig. So, 29. Februar, was haben wir da noch? 2004, vorgezogene Wahlen zur Hamburgischen Bürgermeisterschaft ringt die CDU mit Ole von Beust die absolute Mehrheit. 2004. Am 29. Februar 2004 ist der Ole an die Macht gekommen in Hamburg. Und wir haben jetzt noch einen Fakt des Tages. Der Fakt des Tages ist ja wirklich, also wirklich der Fakt überhaupt. Lona Matthäus wird niemals Fußball-Nationaltrainer der deutschen Elf. Okay. Wer hat das festgelegt? Das ist so. Das ist der Fakt. Das ist einfach festgelegt. Das ist steigengemeißelt. Lona Matthäus wird niemals Nationalcoach. Tja. Das wird sich schon seinen Grund haben. Das wird seinen Grund haben. Ja. I'm not a child. Hier, gleich kommt wieder die Feuerwehr. Denk an neulich. Ja, neulich uns MAD. I'm not a child. Und wer hat gesagt? Wehre, wehre Fahrradkette. Ja. Ja. Das war der 29. Februar. Morgen sehen wir uns wieder. Ach hier, was haben wir ja auch. 29. Februar haben wir ja ganz vergessen zu sagen. Das ist ja ein ganz besonderer Tag, Kollege. Ja, Logo. 29. Februar. Gibt es denn alle vier Jahre? Wollte doch am 30. Februar Geburtstag. Ich wollte gerade sagen, wir sehen uns wieder am 30. Februar, aber den gibt es ja gar nicht. Ja, aber ich glaube irgendwo, in irgendeinem Land gab es mal den 30. Februar. Ich glaube, ich glaube, ich muss immer recherchieren. Irgendein Land hat man den 30. Februar gehabt. Irgendwo. Vielleicht die Zeitverschiebung irgendwo auf der Polynesischen Insel. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall heute, der Tag, alle vier Jahre. Wir sehen uns erst in vier Jahren wieder am 29. Februar. Ja, haben wir ganz vergessen. Ist ja auch wurscht. Lena Gerke hat auf jeden Fall, also das macht ja auch wieder Sinn. Lena Gerke hat nur alle vier Jahre Geburtstag. Das heißt, die ist jetzt irgendwie fünf oder acht. Also keine Ahnung. Das macht dann wieder Sinn, was die da treibt. Ja, Logo. Mensch hier. Oh mein Gott. Das muss ich ja alles lernen. So. Jetzt, wir sehen uns wieder am 1. Mai. Äh, am 1. Mai. Am 1. März. Also erst am 11. März. Ich bin so bescheuert. Cheerio bis soviel bis zum 1. März. Das ist auch.